Musik Hier am neuen Standort in Ödöling, direkt an der Autobahn, also idealer Standort, ist es uns gelungen, drei Wochen über Weihnachten zu übersiedeln, zwei Werke in eines zu verbinden und da sind wir stolz drauf, stolz auf unsere Mitarbeiter, auf uns alle. Musik Wir haben jetzt natürlich eine große Freude mit unserem neuen Werk zusammengelegt aus den beiden Standorten. Wir haben hier von Haus aus ein Potenzial von 30 Prozent drinnen, das heißt, da ist natürlich noch eine Luft nach oben, die werden wir jetzt mit Leben befüllen. Wir sind jetzt am Anfang mal mit unserer Stammmannschaft umgezogen und sind jetzt laufend dabei, Mitarbeiter zu rekrutieren und für uns zu suchen. Und entsprechend haben wir auch hier am Gelände noch Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft. Aber das ist für die nachhaltige und langfristige Sicherung unseres Unternehmens einfach eine sehr gute Geschichte da. Musik Musik Wir sind nicht nur stolz, sondern auch glücklich, dass das Ganze gelungen ist, in so kurzer Zeit eine Planungsphase, eine Bauphase durchzuführen, die Kosten einzuhalten und natürlich sogar auch den Zeitplan einzuhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kann nur sagen, danke an alle Unternehmen und danke an alle Partner und Kunden, die uns da tatkräftig unterstützt haben. Und wir werden alles daran geben, unseren Kippa in den nächsten Jahren in die Richtung weiterzubringen, wo wir jetzt sind. Musik 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 Heute haben wir einen sehr feierlichen Tag. Wir haben hier ein Auto, einen Kippa, den wir speziell für einen sehr guten Unternehmer in Pinska gefertigt haben, der was jahrelang mit uns eine gute Zusammenarbeit hat. Man sieht, der Mälerkippa beweist sich über Jahre, den können wir heute übergeben. Musik Wir führen einen Transportbetrieb seit 40 Jahren in Utendorf und sind in den Seitdem auch eine IVE-Mälerkunde, IVE hat es damals geheißen, haben immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist einfach ein stabiler Aufbau. Wir haben auch noch Werbung gemacht in unserer Region, wo auch sehr viele Mälerkippa im Umlauf sind. Und ich kann eigentlich das nur weiter empfehlen. Wir haben eigentlich immer eine sehr gute Betreuung gehabt und deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt wieder unseren Kippa übernehmen dürfen und sind stolz drauf. Und hoffen, dass wir gut eingesetzt sind, dass wir eine sehr gute Auftragslage haben. Musik 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 Musik